So, wenn Narion nimmt sich irgendwie eine Eisenstange, da rumsteht vermutlich irgendwie, irgendwo hat das irgendein Werkzeug, mit dem die Kohle geschürt wird, er so, naja, kannst du auch, du nimmst es einfach und dann, und dann biegt der da raus, ein 1A-Rost zu haben, denn er kann den Metamorpho-Felsen formen. Siehst du? Und dann, und dann biegt das wieder auseinander. Es kommt nicht dasselbe Werkzeug wieder raus, sondern er hat einfach nur eine gerade Eisenstange und so machst du es wieder auseinander. Und dann gibt der Bortrags das Ding in die Hand. Du musst es nur wollen. Kannst du auch einen Luftballon groß formen. Warte mal, möchtest du einen Dackel oder eine Giraffe?